Hi und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer App Cellist. Heute möchte ich euch die App Angry Cats vorstellen. Ist vom Style eigentlich so wie Angry Birds. Ihr gelobtet hört das schon am Name. Na ja, ich hab's einfach mal schon mal downloadet. Könnt ihr natürlich im Play Store downloaden, ist ja klar. Den Link schmeiße ich euch unter das Video. Na, fangen wir einfach mal an zu zocken. So, wie ihr seht, hier Angry Cats, es gibt mehrere Welten, Night, City, Desert und Snow. Ich bin noch nicht so weit, ich hab hier gerade mal angefangen. Wir spielen einfach mal die Welt 4. Mal gucken. Wir haben hier drei Katzen, ist genau das gleiche wie bei Angry Birds, nur ein Katzen. Wichtig ist, so wenig wie möglich Katzen zu verbrauchen, um alle zu zerstören. Ich würd sagen, den ersten knall ich mal hier oben rennen. So. Sag da. So, gut. Ja, komm, 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 yes, Alter, richtig geil. Krasse Sache. Zwei Sterne, Dieter, ja, ich hab alle zerstört. Was ist denn das für ein Schrot? Na ja. Also erstmal muss ich sagen, vom Anzocken, Angry Birds Day, ganz klar. Aber wer mal ein bisschen Lust auf andere Tiere hat, der kann einfach Angry Cats zocken. Wenn das Video dir gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Abonniert mich, wenn ihr noch ein bisschen was von mir sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.